Lass uns die heutige Folge mal damit beginnen, dass du zuerst mal aufstehst und einen Schritt zurück gehst. Mir ist nämlich was Interessantes aufgefallen, was deinen heutigen Dresscode angeht. Ja, also man muss ja sagen jetzt mittlerweile, wir sind ja auch auf YouTube vertreten oder ich weiß nicht, ob man mittlerweile noch sagen kann, wir sind auch auf Spotify vertreten. Ja, die Leute, die es jetzt sehen können, ich stehe gerne auf, ich entblöße mich, aber ich trage einen Anzug, nur die Hose, da kann jetzt das Publikum selber entscheiden. Junge. Na? Wie so ein Weihnachtself oder so. Ja, das ist eine Slytherin Harry Potter Hose, Pyjama Hose. Mega. Aber erzähl mir doch mal, was du heute thematisch mitgebracht hast. Ich habe vor zwei Tagen, weil wir haben ja auch einen TikTok-Kanal, at JWR Podcast, wir haben einen TikTok-Kanal und da werden mir ja Videos vorgeschlagen, weil unser Podcast-Channel auf TikTok, der folgt natürlich nur uns beiden, einmal dem sagenhaften und sonderbar Account, sowie auch meinem privaten TikTok-Account und dann noch irgendeinem dritten, ich weiß gerade kann nicht mehr. Und dann werden mir natürlich dann irgendwelche random Videos vorgeschlagen und dann habe ich da einen Beitrag gesehen, einen Fernsehbeitrag oder so war das. Da stand ein Mädchen, ich schätze mal so 16, 17 Jahre alt, vor dem Spiegel und ich dachte, es ging so um die üblichen Themen von vor 20 Jahren Bulimie. Es hat sich herausgestellt, dass es nicht darum ging, sondern es ging darum, dass das Mädchen empfunden hat, dass wenn sie nur ein Bein hätte, anstatt zwei Beine, dass sie dann glücklich in ihrem Leben wäre. Und dementsprechend wollte sie sich oder möchte sie sich eines ihrer Beine amputieren lassen. Und da habe ich mich gefragt, wie weit muss es schon kommen, gesellschaftlich auch gesehen, dass man solche Empfindungen irgendwann im Laufe der Zeit verspürt. Was ist da wirklich so gelaufen? Ich sage nicht schief gelaufen, sondern was ist da in der Vergangenheit gelaufen oder passiert, dass jemand so empfindet? Weil für mich steht ja immer im Vordergrund, dass jeder Mensch so empfinden kann, wie er möchte, solange er keinem anderen Schaden hinzufügt. Aber der Grundgedanke muss ja auch weitergehen, dass man auch sagt, was dieser Person auch selbst keinen Schaden zufügt. Und das erkennt ja jeder gesunde Menschenverstand, dass es besser ist, zwei Beine zu haben, anstatt nur eines. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht. Und ich dachte, lass uns mal darüber sprechen. Ich muss mich gleich an was erinnern. Das habe ich mal vor langer Zeit gelesen. Da gibt es Leute, die auch gerne im Rollstuhl sitzen würden. Das war auch so ein Fall. Da war so ein Kerl, der es lieber gehabt hätte, wenn er keine Beine hätte. Und er hat sich dann angefangen, Nadeln und Nägel in die Knie zu stecken, damit die eben da drin kaputt gehen. Keine Ahnung, rosten, was auch immer, was das im Knie dann tut, damit ihm seine Beine amputiert werden. Also da hat das wirklich herausgefordert, dass er eben die Beine abgenommen bekommt. Solche Fälle gibt es ganz viele auf der Welt, dass Leute sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf meine Hand oder meinen Arm. Und das kann ich, das ist so dermaßen schwer nachzuvollziehen, solche Gedankengänge, dass man als normaler Mensch wie wir keinen Gedanken fassen kann, wo das herkommen könnte. Das ist ja kein Trend oder so. Oder das ist ja nicht so, dass die will ja bestimmt niemanden nacheifern, den sie gesehen hat, der nur ein Bein hat. Das ist eine psychische Störung, ganz einfach. Aber hervorgerufen durch was? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe. Ich kann mich da null reinfinden in solche Gedankengänge. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mit nur einem Bein leben. Ich frage mich, ob die junge Frau sich dann Gedanken gemacht hat, wie es denn wird mit nur einem Bein. Mein Leben wird ja schwerer. Da geht es ja bei der Partnersuche los, beim Aufstehen aus dem Bett und niemand wird dir vermutlich ein Bein abnehmen. Also kein normaler Arzt auf der Welt wird vermutlich sagen, okay, ich amputiere jetzt ein Bein, weil du das haben möchtest. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für so etwas so eine Art Schwarzmarkt gibt. Also ich meine, das gibt es ja für alle Lebensbereiche und für alle Gelüste, die der Mensch ja auch hat. Das ist ja auch in vielen Reportagen gezeigt worden, dass es sowas ja auch gibt. Und ich meine, wenn du auf dem Schwarzmarkt imstande bist, Drogen zu bestellen oder Auftragsmorde angeblich in Auftrag geben kannst, das bezweifle ich immer noch so ein bisschen, was das angeht. Aber ich bezweifle oder ich streite nicht die absolute Realität davon an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt. Und ich glaube, was auch den kompletten Handel mit Organen beispielsweise betrifft. Also ich meine, da reden wir ja auch über Schwarzmarkthandel und da sind wir ja schon wirklich im tiefsten Bereich der Medizin, wenn es wirklich um Organhandel geht. Ja, da werden ja größtenteils vielleicht noch Organe bewusst entnommen und da vielleicht schon in eine Datenbank hinzugefügt, obwohl das Organ noch gar nicht aus dem Körper raus ist. Und dann wird es vielleicht schon direkt weiterverkauft. Das sind ja dann auch Ärzte, die es entnehmen müssen. Das heißt, die sind ja auch in dieser Kette irgendwo bestimmt involviert. Ja, im Sinne dessen davon, dass sie vielleicht auch wissen, was damit passiert, wenn diese Organe entnommen werden. Und dann finde ich, dann ist der Gedanke nicht weit, dass man bestimmt auch so sowas suchen kann und bestimmt auch findet. Was jetzt keine Anleitung ist für diejenigen, die das interessiert, das muss man immer dazu sagen. Hier, also wir beide unterstützen das in keinerlei Weise. Nur man sollte aber auch bewusst sein oder einem bewusst sein, dass es sowas definitiv gibt. Ich kann so eine Menschen nur raten, schnell zum Arzt zu gehen und irgendwie sich Hilfe zu suchen, nachzuforschen, wo das Problem herkommt. Ich meine, das, ich weiß nicht, hat sie da irgendwas dazu gesagt, dieses Mädchen, wo die Gedanken herkommen oder? Das war dieser übliche 15-Sekunden-Beitrag bei TikTok. Das habe ich da noch nicht weiterverfolgt, weil mich diese 15 Sekunden schon erschreckt haben. Und für mich ist es dann auch zweitrangig, warum sie das dann in dem Moment sagt oder also ihre Begründung, weil unabhängig davon ist es halt, diese Sachlage oder diese Sache an sich ist schon so verkehrt und so fatal, dass das schon ausreicht, um da schon die Gedanken erstmal ins Arbeiten zu bringen. Weil das ist etwas, was ich auch über die Zeit gelernt habe durch unsere Podcast-Abstinenz, dass man auch mal Gedanken wirken lassen muss und dann auch wirklich mal nicht alles versucht, direkt durchzudenken, sondern wirklich mal am Anfang vielleicht direkt mal stehenbleiben über dem ersten Grundgedanken, wie nur dieser kurze Beitrag und auf Basis dessen mal drüber nachzudenken, was es eigentlich so bedeutet erstmal. Und dann kommt man dann wirklich in diese ganzen Hintergründe rein, wie gerade also über den Organhandel habe ich in dem Moment natürlich gar nicht nachgedacht, aber es ist total nachvollziehbar, dass sowas medizinisch dann halt auch irgendwo nahe liegt. Das finde ich an sich ist schon eine krasse Sache. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass ich das irgendwie auch immer komisch finde, dass diese Person trotzdem sehr bereit ist, sich da öffentlich auch im Fernsehen zu zeigen oder der Welt zu präsentieren. Und da sagt mir dann auch mein Menschenverstand irgendwo, man sollte da vielleicht auch trotzdem eine gewisse Skepsis mit reinbringen, weil ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass es für die betroffene Person dann vielleicht auch etwas ist, was sie dann als Medienereignis durch ihr Leben mit begleiten möchte. Ganz schwierige Sache, finde ich. Ich meine, die meisten Menschen sind froh, wenn sie kein Bein verlieren oder haben Angst davor, ich arbeite auf dem Bau. Bin Bauarbeiter, ich überlege oft, wenn ich jetzt irgendwo runterspringen muss oder das passiert ja, man soll es nicht machen, ganz klar. Aber manchmal hat man eben Arbeiten und macht irgendwie Dinge oder hebt allein schon Sachen hoch, wie man sie eigentlich nicht hochhebt. So wie es einem der Arzt zeigt, so hebt kein Bauarbeiter auf der Welt irgendwie einen Zementsack hoch oder hebt einen Stein hoch. Man beugt sich eigentlich immer falsch runter und hebt die Sachen hoch. Oder wir arbeiten mit Werkzeugen, mit großen Maschinen, wo du manchmal echt aufpassen musst. Oder du stehst neben einem Bagger, kriegst einen mit der Baggerschaufel, bist du weg vom Fenster oder eigentlich achtest du immer drauf, dass du nicht im Bein verlierst. Ich frage mich, ob es vielleicht damit zu tun hat. Aber ich denke, es ist so einfach gedacht, dass manche Leute eben keine Probleme haben, keine anderen Sorgen im Leben haben und sich über sowas Gedanken machen können. Ich meine, wahrscheinlich zu einfach gedacht jetzt, wie gesagt, dass da das Leben vielleicht so langweilig ist, dass man auf solche Gedanken kommt. Ich habe so viele Sachen zu tun, privat, nach der Arbeit und auch auf der Arbeit, sage ich mal. Also sowas ist mir im Leben noch nicht eingefallen. Ich habe noch nie vorgestellt, ob es jetzt besser wäre, mit nur einem Bein zu leben. Also es war ein professioneller Beitrag. Es war kein einfaches TikTok so aufgenommen. Also es war ein professioneller Fernsehbeitrag. Ja, das sage ich ja. Deswegen habe ich ja gesagt, als Medienereignis begleiten. Ach so, entschuldige euch. Jetzt ein bisschen überhört. Vielleicht so eine Art Doku war das, ja? Genau, genau. Aber du sprichst es ja gerade an, dass du noch nicht die Zeit hattest, in deinem Leben bisher über so etwas nachzudenken. Ich finde das auch, wie du das auch sagst, vielleicht auch zu einfach gedacht, weil du sagst ja nur, dein Leben ist ausgelastet mit Arbeit, mit den Podcasten. Das ist ja schon etwas, was ja immens dann halt auch das Leben beeinträchtigt oder einschränkt, in dem Sinne von, wie viele Stunden bleiben dir nach Podcast und Arbeit eigentlich noch so übrig für das eigentliche Leben. Aber das sind ja dann auch Interessen, die du dir ja auch bewusst gesucht hast oder Berufungen, die du dir bewusst gesucht hast. Und ich beispielsweise, ich kann ja mal ein großes Geheimnis lüften, seitdem ich ein Kind bin, bin ich ein Fingernägelkauer. Das heißt, das ist für mich ist das etwas, was mich schon immer begleitet hat, mein ganzes Leben lang. Und jedes Mal, wenn ich das vollziehe, das, was ich tue, merke ich dann nach ein paar Sekunden, dass es halt falsch ist. Aber es ist in meinem Kopf so drin, dass ich das also trotzdem weitermache. Obwohl ich weiß, dass jedes weitere, jeder hat weitere Bissen sozusagen. Es ist eklig, aber letzten Endes ist es ja leider so, dass mir immer bewusst ist, das ist gerade falsch in dem Moment. Unterbricht das? Aber mein Kopf unterbricht das nicht als Aktion. Erst wenn die Aktion komplett vollzogen ist. Ja, und danach fühle ich mich dann auch immer schlecht für eine gewisse Zeit, also ganz, ganz kurzer Zeitraum nur. Weil ich weiß, wieder in Anführungszeichen rückfällig geworden, weil man will ja von sowas wegkommen. Es ist ja auch total einfach. Man sagt ja einfach ja, dann kaut auch keine Fingernägel. Nur das ist wirklich so, wenn man da so vom Kopf her so tief drin ist und das bei der Aktion selber merkt, dass es falsch ist, aber es trotzdem nicht unterbricht. Dann muss ich auch sagen, dass wenn man das übertragen kann, so vom Grundansatz her, auf andere Befindlichkeiten, die Menschen haben oder andere Emotionen und Gefühle oder Gelüste haben, dann in dem Fall ja auch, wie etwas wirklich zu sein hat, damit das Leben ultimativ perfekt ist. Ich benutze das Fingernägelkauen nicht da, um dann auf meine 100 Prozent zu kommen, zu sagen so, jetzt ist mein Leben perfekt, das läuft alles gut. Das hat natürlich einen anderen Hintergrund. Aber ich kann mir natürlich auch durchaus vorstellen, dass wenn man einen Gedankengang hat, so wie so etwas, dass man sich beispielsweise seinen Bein abnehmen lassen möchte, dann kann ich das so mit meinen eigenen Gedanken so von meiner Störung dann in dem Fall ja auch, es ist ja auch nichts anderes, kann ich das schon nachvollziehen. Nur ich kann meine Gedanken natürlich nicht ansatzweise dahin übertragen zu der eigentlichen Aktion, also was dieser Mensch vollziehen möchte, das natürlich nicht. Also um es nochmal deutlicher zu machen, natürlich habe ich mir schon Gedanken gemacht, auch aufgrund meines Jobs, wie es wäre, wenn du vielleicht ein Bein verlierst oder einen Arm oder eine Hand verlierst. Ich habe in einer Firma gearbeitet, an einer schweren Maschine, an der das Arbeiten auch relativ gefährlich war. Da mussten wir so große Ringe mit dem Material aufziehen und wenn du die aufgeschnitten hast, dann konnte es auch passieren, dass der aufschnippt und dich da irgendwie erwischt. Da wurden schon öfter mal Leute verletzt. Da habe ich mir schon gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn irgendwie eine Hand fehlt oder ein Finger fehlt oder vielleicht irgendwie das Ding, dir das halbe Gesicht zerschlitzt. Aber eher so im Negativen, nicht, dass ich es wollte, sondern halt eben, wie gesagt, Angst davor. Dann denkt man schon mal drüber nach. Weil ich jetzt vorhin gesagt habe, ich habe keine Zeit, über sowas nachzudenken, tut man schon. Das, was du eben gesagt hast, ganz interessant. Bei mir ging es auch in der Kindheit los mit zum einen Zwangsstörungen, dass ich dann bis, ja, gar nicht lange her, bis vor sechs, sieben Jahren vielleicht schlimme Zwangsstörungen hatte. Als Kind auch schon, da kann ich mich noch gut dran erinnern, schon immer Angst davor hatte, zu sterben. Ich hatte immer Angst, wahnsinnige Angst vor dem Tod. Unbegründet. Ich war kein schwächliches, kränkliches Kind. Ich hatte keine Kenntnis von irgendwelchen schweren Krankheitsfällen oder Todesfällen in der Familie, irgendwie als Kind natürlich, mit neun, zehn. Ich hatte immer Angst zu sterben. Ich habe keine Todesfälle um mich herum mitbekommen, großartig. Keine Krankheiten. Aber ich habe immer gedacht, bitte, 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 lass mich nicht sterben. So, ich will nicht sterben. Ich habe immer gedacht, scheiße, scheiße. Irgendwie morgen sterbe ich oder übermorgen sterbe ich. Dann hat irgendwas gezwickt im Körper. Hat man ja mal das hier zwackts und da zwickts. Konnte mir nicht erklären, wo es herkommt. Wenn ich heute darüber nachdenke, war es schon für mich schlimm als Kind. Wer weiß, was es dann psychisch mit mir irgendwie gemacht hat. Vielleicht sind daraus auch meine Zwangsstörungen entstanden, dass ich dann, hat auch ganz simpel angefangen, dass man angefangen hat als Kind, Besteck nicht überkreuzt zu legen. Das machen ja viele auf dem Teller. Man fertig ist mit dem Essen. Oder bei mir durften Schuhe nie mit den Fußspitzen sozusagen wie so ein Pfeil aneinander stehen. Da konnte ich dann nicht anders und habe dann sämtliche Schuhe anders hingeräumt. Das waren so die Anfänge von den Zwangsstörungen. Später war es dann, ja, Dinge, die rumgelegen haben, die musste ich dann sortieren. Und das wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Jetzt bin ich 43 und wie gesagt, bis vor sechs, sieben Jahren, da hat es einen Höhepunkt so gehabt, wo ich auch gesagt habe, jetzt muss ich was ändern. Da hatte ich dann Zählzwänge entwickelt, dass ich zählen musste, gewisse Sachen musste ich zählen. Dann kommen noch andere Sachen hinzu, dass du vielleicht, was weiß ich, kleines Beispiel jetzt, du zählst bis zwölf und machst dabei irgendwas mit den Fingern oder mit dem Auge oder mit dem Mund, irgendein Geräusch oder zwinkerst mit dem Auge dabei. Es sind so ganz viele Sachen, die dann zusammenkommen. Und wenn die Kombination dieser Dinge nicht richtig ist, wie du es machst, die Ausführung der Dinge, dann fängst du immer wieder von vorne an. Das kann sich so hoch steigern, dass du diesen Ablauf 10, 20, 30, 40, 50 Mal vielleicht machst, bis dein Gehirn dir sagt, jetzt war es okay. Jetzt hat es gepasst. Aber das hat dich dann vielleicht eine Stunde lang gequält. Und dann hast du auch nicht lange Ruhe. Das geht dann ganz schnell wieder los. Da musst du es wieder machen. Also manchmal nur ein paar Minuten, sodass du diese Zwangsstörung dann, diese Aktion, die du dann irgendwie durchführen musst, am Tag vielleicht 50 Mal machst oder so. Hast du denn, während du diese Aktionen ausgeführt hast, dass auch das beständige Gefühl oder hin und wieder das Gefühl, dass du gerade in dem Moment merkst, dass vor allem, wenn die Aktion länger als ein paar Sekunden gedauert hat, dass du in dem Moment gemerkt hast, dass das falsch ist, was du machst? Natürlich. Das ist mir immer bewusst gewesen dabei. Und ich habe immer auch gewusst, dass das echt gerade ziemlich dumm ist eigentlich, was ich da mache. Zum Beispiel irgendwie fünfmal irgendwo hintippen, dabei irgendwie eine Zahlenfolge vorsprechen und dann noch irgendwas machen dabei. Keine Ahnung. Ich wusste immer, dass es sinnlos ist und dass mein Gehirn mich jetzt aus irgendeinem Grund dazu zwingt, das zu machen. Das war mir klar. Aber solche Zwangsstörungen sind ganz oft von schlimmen Gedanken begleitet. Kann man auch mal ein Beispiel nennen, wenn du jetzt, angenommen, du hast Kinder. Du denkst dir, und das können bestimmt einige Leute bestätigen. Ich weiß nicht, ob es bei jedem, der solche Störungen hat, schwere Zwangsstörungen hat, dasselbe ist. Es ist also in meinem Fall fast immer damit verbunden gewesen, mit einem sehr schlimmen Gedanken. Wenn du das jetzt nicht machst und nicht richtig machst, zum Beispiel stirbt irgendjemand, der dir nahe steht. Ein Kind. Der Hund, was weiß ich, ich selbst, werde mir heute in der Maschine einen Arm einklemmen und der wird abgetrennt, zum Beispiel, wenn ich das nicht richtig mache. Das ist immer mit solchen, bei mir ist es immer mit solchen Sachen verbunden gewesen. Auch bei anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Zwangsstörungen hatten, war es bei einigen davon auch mit solchen Gedanken verbunden, also mit schlimmen Gedanken. Es passiert was Schlimmes, wenn du es nicht richtig machst und wenn du es nicht. Und deswegen machst du es auch so oft, weil dein Kopf dir sagt, du musst das nochmal machen, das war nicht richtig. Du hast nicht mehr viel Zeit. Wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert was Schlimmes oder so. Es ist immer ganz einfach erklärt, wie gesagt, du machst das jetzt richtig oder es passiert was Schlimmes. Und deswegen machst du es ja auch immer zu. Also, es war eine heftige Zeit. Irgendwann habe ich diese Störung einfach herausgefordert. Ich habe gesagt, mir egal, ich mache es einfach nicht mehr. Ich mache es nicht. Und das war sehr schwer. Das war wirklich sehr schwer. Das hältst du mal eine Stunde aus und dann machst du es trotzdem. Ich habe das so lange eben rausgefordert und immer wieder gesagt, ich mache es jetzt nicht. Ich mache es einfach nicht. Und dann kam es so durch, wie so ein Tick im Kopf kam das durch. Ich muss jetzt aber. Ich habe gesagt, nein, ich mache es jetzt nicht. Egal, was passiert. Eigentlich wusste ich ja auch, dass nichts passiert. Die Gedanken sind in dem Moment eben so schlimm, dass du es halt dann machst. Aber ich habe es einfach gelassen. Ich habe dann mir das selbst abtrainiert sozusagen mit der Zeit. Ich habe es immer weniger gemacht. und irgendwann halt gemerkt, es passiert nichts. Es ist alles gut. Wie fühlt man sich denn, wenn man auf dieser Art von Entzug ist in dem Moment? Also als Beispiel, da sind die Schuhe dann so, wie du das beschrieben hast, genauso in der Fallkombination dann, die dann da rumstehen. Und du gehst da einmal dran vorbei, weißt, dass es falsch ist und du ziehst das jetzt durch. Begleitet dich der Gedanke, egal, was du dann in den nächsten Stunden machst, immer wieder permanent damit, dass die Schuhe gerade schief stehen? Oder gehst du dann immer wieder zurück, guckst dir das an? Also das mit den Schuhen habe ich heute noch. Also das habe ich nicht so ganz losbekommen. Das mache ich manchmal noch, dass ich jetzt an den Schuhen vorbeilaufe und die gerade stelle. Dass die genau gerade stehen, alle beide. Und nicht so mit den Spitzen zusammen. Das mache ich noch ab und zu, nicht immer. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf der Terrasse stehe, hinten hinterm Haus und die Gummistiefel von den Kids stehen da irgendwie so gerade in der Position, dann erwische ich mich, wie ich mit dem Fuß noch manchmal so rangehe. Also das zum Beispiel, diese schlimmen Zwangsstörungen, diese Zählzwänge und diese Klopf- und Zwinker- und was weiß ich-Zwänge, die habe ich mir komplett abtrainiert. Aber das mit den Schuhen, so Kleinigkeiten, dass irgendwas über Kreuz liegt oder das mag ich nicht auf der Arbeit auch. Wenn ich irgendwas hinschmeiße, Material, das liegt dann über Kreuz. Die Kollegen gucken mich manchmal an, ich sage, frag nicht. Ich gehe mit dem Fuß einfach hin und tippe mal ran, dass es gerade liegt. Aber das sind so die Sachen, mit denen kann ich sehr gut leben. Auch mit den Schuhen, weil du dich jetzt gefragt hast, um es zu beantworten. Da kann ich dran vorbeigehen. Denke ich, eine Minute dran, hätte ich es doch gemacht. Aber dann weiß ich, das ist ja alles Käse. Was denkst du denn in dieser Minute dann? Also immer wieder permanent der Satz so, ich muss das machen, ich muss das machen. Also wirklich wie so eine permanente Stimme. Wie äußert sich das? Ist das vielleicht körperlich, dass man dann zittert oder so? Was passiert dann? Das ist schwer zu erklären. Das ist wie so eine Art Druck im Kopf, würde ich mal sagen. Also dass du, wie wenn sich so einen kurzen Moment so ein Schatten über dein Gehirn legt und du, so ein böses, so ein schlechtes, negatives Gefühl ist es eben. Es kannst du jetzt nicht, also in Worte könnte ich es jetzt nicht fassen. Ich finde jetzt keine Worte dafür. Es ist einfach ein negatives Gefühl, um es mal einfach auszudrücken. Du hast jetzt das nicht gemacht und das müsstest du eigentlich jetzt machen. Wie wenn du, keine Ahnung, in die Schule gegangen bist früh und gewusst hast, ich habe keine Hausaufgaben dabei und hast schon gewusst, dass du heute einen Anschluss bekommst oder so vom Lehrer und zu Hause auch. Aber halt trotzdem ein bisschen anders. Einfach erklärt jetzt eben. Also es war und ist ein dummes Gefühl. Aber das mit den schweren Zwängen, die ich hatte, war viel, viel schlimmer. Also dieses Gefühl war wirklich, als würde einer dein Gehirn würgen. Das ist wirklich so. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Als würde jemand dein Gehirn packen und zusammenquetschen und dich damit erpressen. Wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert was richtig Schlimmes. Ist das auch bewusst, als Stimme auch bewusst oder wirklich nur als Gedanke bewusst? Das ist ein Gedanke, ja. Du hast auch, also ich, zumindest ich kann nur von mir sprechen jetzt. Ich hatte auch Bilder im Kopf, wie mein Kind vom Auto überfahren wird oder der Hund vom Auto überfahren wird oder der Frau was passiert oder irgendwelchen Freunden von mir irgendwas Schlimmes passiert. Dann laufen Filme ab. Also mein Gehirn hat mir wirklich Filme vorgespielt, wie das passiert. Wie jetzt irgendwie ein Auto angefahren kommt und irgendwie über irgendjemand drüber fährt oder so. So schlimm war das. Also es waren wirklich Filme im Kopf. Jetzt keine Halluzinationen, als ich das gesehen habe, jetzt wirklich vor mir gesehen habe, wenn du eine Halluzination hast oder so. Aber es sind wie so ein Tagtraum, den du dann hast in dem Moment. Es spielt sich eben in deinem Kopf ab, so innere Bilder für ein paar Sekunden. Und dann machst du es eben, weil du das, was du jetzt irgendwie so gedacht und gesehen hast, nicht willst, dass es passiert. Dann tust du es einfach. Und das ist das Schwierige gewesen, dass du diese in Kombination mit diesen Bildern eben dann gesagt hast, ich mache es aber doch nicht mehr jetzt. Ich mache nicht, was mein Gehirn mir gerade befiehlt und mich da erpresst. Aber man hat sich immer die Frage gestellt, wo kommt das her? Warum hast du sowas? Ich habe mich oft gefragt, wo kommt es überhaupt her? Wie entsteht sowas überhaupt? Also wie ist es eine Art Selbstgeiselung? Vielleicht bestraft du dich dafür irgendwas selbst gerade? Oder ist es vielleicht so, dass du vielleicht durch Schuldgefühle oder irgend sowas dir dann unterbewusst, dein Unterbewusstsein dich damit quält, weil du dir vielleicht unterbewusst, ohne dass du es wirklich aktiv und bewusst denkst, sagst, ich muss mich jetzt selbst für irgendwas bestrafen, was ich irgendwann mal gemacht habe. Irgendwas Dummes, jemanden schlecht behandelt habe. Was weiß ich? Da gibt es ja tausend Beispiele. Vielleicht hast du mal jemanden aufs Maul gehauen, ungerechtfertigt oder vielleicht jemanden übers Ohr gehauen. Dass du vielleicht das deswegen machst, weil du dich bestrafen willst. Nicht bewusst. Dein Gehirn ist ja mega komplex. Das Gehirn ist ja auch nicht komplett erforscht. Man weiß vieles nicht übers Gehirn. Man weiß sehr, sehr viel. Vieles weiß man eben nicht. Was in so einem Gehirn drinsteckt, das weiß keine Sau. Das finde ich erstreckend und gleichzeitig absolut faszinierend, zu was dein Gehirn fähig ist. Ich hatte ja auch mal viele Jahre schwere Depressionen. Jetzt geht es aber wirklich in eine komische Richtung hier in der Folge heute. Aber ich hatte vor vielen Jahren, das ist schon, jetzt bin ich 43, wie gesagt, das dürfte schon, das ist bestimmt schon fast 20 Jahre her, hatte ich wirklich schwere Depressionen, da fühlst du dich selbst irgendwie gar nicht mehr. Da ist alles scheiße, du kannst dich über nichts mehr freuen. So war es bei mir. Meine Kids, die waren damals noch sehr klein, die spielten auf dem Spielplatz. Meine damalige Frau war dabei, wir haben den Kindern zugeguckt beim Spielen. Wenn da jemand vorbeigefahren wäre, hätte die Kids ins Auto gepackt, wäre weggefahren, wäre ich sitzen geblieben. Weißt du, so leer bist du. Jetzt hört es sich wirklich krass an. Entschuldige Leute, jeder, der das hört, würde mich irgendwie angepisst fühlen. Aber so leer habe ich mich gefühlt. So wenig hat mich irgendwas interessiert im Leben. Ich war nur noch down und in einem Loch gefangen. Und das war auch so, wie wenn jemand dein Gehirn packt und es zusammenquetscht. Jetzt die ganze Lebensenergie irgendwie aus deinem Gehirn rausquetscht. Und wenn ich dann alleine mit mir war, ich habe oft geheult damals. Scheinbar ohne Grund. Du weißt ja eigentlich gar nicht, warum du heulst. Du sitzt jetzt da und heulst und tust dir selbst leid. Du möchtest irgendwie gar kein Mensch mehr sein. Du wärst am liebsten gar nicht da. Ganz komisches Gefühl. Ich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Das zieht mich nur runter. Aber ging auch irgendwann in eine gute Richtung. Bin dann auch mit Medikamenten natürlich behandelt worden. Ich war jetzt nicht irgendwie in der Psychiatrie oder so. Aber habe dann gute Medikamente bekommen für ein paar Jahre und dann seitdem. Das ist auch so ein Ding, das mich auch nie wieder losgelassen hat und mich ärgert und gleichzeitig auch fasziniert. Weil du dich auch da fragst, wo kommt sowas her? Warum begleitet es dich so lang? Wo kommen auch diese ganzen dunklen Gedanken her oder auch diese Leere vielleicht, wo du keine Gedanken hast, wo du einfach irgendwie in einem Loch steckst, das einfach dunkel ist und oben einer noch einen Deckel drauf gemacht hat. Und du fragst dich einfach, wie krass das ist, was dein Gehirn da mit dir macht. Eigentlich denkst du doch, du bist der Chef über dich. Du bist der Chef über deine Gedanken. Du bist der Chef über dein Leben. Du kannst doch denken, was du willst. Du kannst jetzt was erfinden, wenn du clever bist. Dein Gehirn sagt dir, hey, steck das und das zusammen. Dann hast du das und das. Das hat noch keiner vor dir gemacht. Du hast was Neues erfunden. Wie cool, ne? Auch eine geile Sache. Du kannst geile Bilder malen vielleicht. Da gehört ja auch Gehirnaktivität dazu, dass du besser malen kannst als jemand anders. Ist ja nicht nur, dass du die Fingerfertigkeit hast und vielleicht ein ruhigeres Händchen hast, sondern hat ja auch mit deinem Gehirn zu tun. Man müsste ja eigentlich meinen, dass man so der Chef ist von seinem Gehirn, von sich selbst sozusagen. Aber das funktioniert halt in solchen Fällen nicht mit Zwangsstörungen. Und da merkst du halt, es ist so, als ob irgendjemand anders irgendwie die Fäden zieht oder die Fernbedienung hält, den Controller sozusagen. Und das war so erschreckend und faszinierend für mich gleichzeitig. Es ist lustig, dass du das erwähnst, dass man nicht die Kontrolle über sich selbst hat. Ich weiß nicht, ob du das schon auf Netflix gesehen hast. Da gibt es eine Serie, die heißt Es war einmal das Leben, irgendwie aus den 80ern. Hast du vielleicht damals wahrscheinlich auch selber schon geschaut, als Kind. Und das war mega interessant. Ich habe das geschaut, ich habe ein paar Episoden mir reingezogen. Und da wird das ja wirklich auch so dargestellt in dieser ganzen Sendung, dass dein ganzer Körper voller Angestellter sozusagen ist. Und oben im Gehirn sitzt auch so eine Art von Gott, der das wirklich steuert und diese Befehle weitergibt mit so einem Rat von anderen Göttern. Und das hat mich dann so ein bisschen auch wachgerüttelt, was das auch angeht, um auch wirklich mal wirklich gezielt darüber nachzudenken. Natürlich ist das eine Sendung. So wie es dargestellt wird, ist es ja nicht. Aber im Umkehrschluss ist es aber trotzdem so. Weil wenn du mit dem Mikroskop unglaublich nah heranzoomst, je nachdem, was du da sehen willst, eine Blutzelle oder so, dann sieht es ja schon irgendwie so aus, wie dargestellt in dieser Sendung. Und wenn man das Ganze so ein bisschen, ich sage mal, von einer künstlerischen Seite einfach auch betrachtet, was den eigenen Körper dann so da angeht, dann kann man schon davon ausgehen oder davon sprechen, dass man sagt, man hat auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele Unterstützer im Körper, die das ganze System aufrechterhalten. Und als ich dann letztens mal getrunken habe und am nächsten Tag morgens früh aufgestanden bin, habe ich genau diesen Gedanken gehabt von, es war einmal das Leben von diesen ganzen Mitarbeitern im Körper. Ich habe den Alkohol darunter gekippt in den Magen und habe damit irgendwie sozusagen eine Invasion in meinem eigenen Körper ausgelöst, was mich geschädigt hat. Und da mussten die Trümmerteile erstmal beseitigt werden. Wo wir den Verweis mal auf unsere erste Episode machen, Trümmerteile der Titanic. Die ganzen kleinen Mitarbeiter in deinem Körper, alle in die Leber abberufen. Das ist unglaublich, ne? Aber es ist letzten Endes so. Ich habe allerdings noch eine Frage, weil ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema, zu diesen Zwängen nochmal, wenn du gestattest. Wenn das ja immer die gleichen Themen waren, wie beispielsweise, ich nehme jetzt nochmal das Thema der Schuhe und du hast das nicht gemacht und du hast so gesagt, dann kommen dann diese Gedankengänge, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Nur die Schuhe betrachtet. War das immer der gleiche Gedankengang, der dann kam, dass etwas Schlimmes passiert, also immer das Gleiche? Oder waren das dann immer andere Gedankengänge, die zur Angst dann geführt haben? Das war immer was anderes. Es ist halt, wenn du es ignorierst, wird es schlimmer, der Gedanke. Also je länger du es ignorierst, umso schlimmer wird das Szenario, das dir vorgegaukelt wird, was da angeblich dann passieren soll. Aber es ist immer ein anderes Szenario. Es ist nie das Gleiche. Es ist vielleicht, vielleicht weiß dein irgendwas in deinem Gehirn, was dir am meisten wehtun würde und nimmt dann, also bei mir hat es oft mit meinen Kindern zu tun gehabt, ne? Weil das für mich auch das Schlimmste wäre, was passieren kann, vermutlich für jeden, der Kinder hat. Aber es ist unglaublich, was für ein Wandel du dann eigentlich psychisch auch vollzogen hast von, dass dir, ich sage das jetzt mal, wie du es ja auch gesagt hast, dass dir deine Kinder egal sind, bis eigentlich hin zu den Gedanken, dass deine Kinder auch das Wichtigste sind. Das ist ja wirklich das ultimative Yin und Yang, dann zu der gleichen Zeit in deinen Gedanken. Wie gesagt, ich habe das vorhin echt krass formuliert, dass ich gesagt habe, als ich schwer depressiv war, wenn meine Kinder da irgendwie auf dem Spielplatz spielten und das hat mich nicht interessiert, dass die gelacht haben und sich gefreut haben, weil du so dermaßen tief und intensiv mit dir selbst beschäftigt bist, mit dem, mit was immer das auch ist dann in deinem Kopf. Aber vermutlich, sage ich mal, wäre jetzt wirklich eine Gefahrensituation entstanden, da wärst du wahrscheinlich trotzdem aufgestanden, sage ich mal, und hättest dich in die, in die, reingestützt, ne? In die, in die, in die Action, sage ich mal, also das will ich jetzt gar nicht mal, mal anzweifeln, hätte ich, vermutlich hätte ich es schon gemacht, sage ich mal, aber es war jetzt nur ein krasses Beispiel, um mal auszudrücken, wie schlimm es halt war. Also, es kam ja glücklicherweise nie zu so einer Situation. Es ist für mich auch so faszinierend gewesen damals, ich weiß noch, an was für einem Tag es losging, es war ein Sonntag, weil ich am Sonntag dann zum Notdienst gefahren bin und wirklich gedacht habe, mit mir stimmt was nicht und konnte das noch nicht so erfassen oder benennen, was ich da habe. Ich wusste auch damals nicht, was eine Depression ist. Ich habe vorher noch nicht viel darüber gehört und zu der Zeit hatten wir ja, wir hatten kein Internet oder irgendwie ständig irgendwie solche Sachen irgendwie um die Ohren gehabt und sich damit beschäftigt hat man damals auch nicht. Ich bin am Samstag nachts ins Bett und war ganz normal und Sonntagfrüh als Trauerkloß aufgewacht. Also, ich bin aufgewacht mit einem ganz schweren Gefühl, ich habe mich schwer gefühlt und down und dachte, na gut, ich habe gestern irgendwie zwei, drei Bier gezwitschert. Vielleicht irgendwie hat es damit zu tun, ein bisschen Kater und ein bisschen Hangover, aber das war anders. Das Gefühl kennt man ja. Das war aber ganz anders damals. Das hat sich so hochgeschaukelt bis Mittag, dass ich zu meiner damaligen Frau gesagt habe, ich glaube, ich muss mal irgendwie zum Notdienst oder so. Mir geht es ganz komisch, habe ich gesagt. Ich sagte, was hast du denn? Geht es dir schlecht oder ist dir schlecht oder Kopfschmerzen? Was hast du denn? Ich sage, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Es hört sich blöd an, sage ich, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Mir geht es ganz komisch. Über dem Kopf ist irgendwas los und ich kann es nicht benennen. Ich habe dann angefangen zu heulen, weil ich einfach irgendwie, es ging nicht anders. Es kamen die Tränen und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und wir sind dann zum Notdienst gefahren. Ich bin beim Notdienst rein und habe dem erklärt. Und der hat gesagt, haben Sie gestern was getrunken? Und ich sage, ja, ich habe was getrunken. Nicht mega viel, aber ich habe was getrunken. Dann sagt er, ja, das kommt vom Trinken. Also bin ich wieder nach Hause, war ein bisschen beruhigt und irgendwie wieder auch nicht, weil es ein scheiß Gefühl war eben im Kopf, das ich noch nie vorher hatte und nicht benennen konnte. Zwei Tage später, das Gefühl wurde intensiver und schlimmer. Ich sage zu meiner damaligen Frau, wir hatten irgendwas in der Stadt zu erledigen, wir müssen jetzt in die Stadt fahren und da sind wir dahin gefahren. Ich war Beifahrer. Auf dem Weg dahin bin ich so durchgeklatscht, wie man so schön sagt, habe mir wirklich die Haare rausgerissen, habe mit den Fäusten aufs Armaturenbrett geschlagen vom Auto und habe gesagt, ich muss jetzt zum Arzt. Ich drehe durch. Ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Vielleicht habe ich einen Gehirntumor oder was weiß ich. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich habe ein so schlimmes Gefühl im Kopf und da sind wir zum Arzt gedüst, ganz schnell. Ich habe dem das erklärt und er hat mir ein paar Fragen gestellt, der Arzt. Das war der Hausarzt damals. Als ich es ihm erklärt habe, war dem wahrscheinlich schnell bewusst, was ich habe. Also er hat offensichtlich erkannt, dass es eine Art Depression ist. Ich habe dann irgendeine Spritze bekommen. Nach der Spritze bin ich nach Hause gefahren und mich hingelegt. Dann wurde es für so eine Woche, war es dann fast weg, sage ich mal. Und danach ging es richtig schlimm los. Also nach dieser Woche, wo ich Ruhe hatte, kam es, würde ich sagen, doppelt so schlimm wieder. Da war ich komplett im Arsch. Da bin ich dann auch ins Krankenhaus und das hat mich dann an einen professionellen Arzt verwiesen, der dafür zuständig ist sozusagen. Der hat mir dann geholfen. Der hat mir dann, erst mal wurde ich geröntgt und alles, was man halt so macht dann, ob da irgendwas halt im Kopf ist, wo das dann nicht hingehört. Und danach ging es eben los. Da habe ich Medikamente bekommen und durch die Medikamente ging es mir schnell besser. Und seitdem hatte ich das auch in der Intensivität nie wieder nach den Medikamenten. Also ich nehme jetzt schon lange keine mehr. Ich habe manchmal so kurze Episoden, wo es mir nicht so gut geht, wo ich dann merke, jetzt zieht es mich ein bisschen runter. Dann lenke ich mich mit irgendwas ab. Aber so dermaßen schlimm, wie es war, kam es nie wieder durch. Also es ist eine mega schlimme Sache. Und ich finde, ich leide mit jedem mit, der unter Depressionen leidet, weil es auch schlimm ist, jemanden zu erklären und die Leute um einen rum nicht wissen, mit was sie zu tun haben. Und dann wollen die Leute aber mit einem reden. Du willst aber nicht reden. Und jeder will aber mit einem reden, will einen beruhigen und will einem sagen, dass alles gut wird. Das willst du alles gar nicht hören. Aber wenn man sich mit jemandem unterhält, der weiß, wie es einem da geht, ist das eigentlich eine schöne Sache. Ich habe jetzt viele Gespräche geführt mittlerweile, auch für einen ganz anderen Podcast. Habe ich mit Leuten gesprochen, die unter Depressionen litten. Das war eine gute Sache. Hat mir auch geholfen, ein bisschen zu quatschen. Nicht mit irgendjemandem, der denkt, dass er weiß, wie es dir geht, sondern mit Leuten, die wirklich wussten, wie es mir geht. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt erzählt habe, weil wir hatten ja nach dem Ende von unserem ersten Podcast, jetzt wird es eine 1.0, wenn man das mal so nennen kann, wo wir ja noch andere Themen miteinander besprochen haben. Wir hatten seit dem Ende dieser letzten Sendung von damals ja nicht wirklich Kontakt gehabt. Und ich hatte ja auch, ich glaube, ein Bild mal bei Facebook oder so gepostet, dass ich mal im Krankenhaus war. und hatte allerdings im Laufe der letzten anderthalb Jahre, glaube ich, vier oder fünf Besuche. Sehr intensiv Anfang 2021, wo natürlich dann Tests durchgezogen worden sind. Da wird natürlich alles überprüft, da wird es auf links gelegt. Körperlich natürlich alles fit. 30 Jahre alt, im Saft des Lebens, keine Raucherlunge, keine leisesten Anzeichen von irgendwelchen organischen Fehlern. Also alles top, alles super. Diese Beschwerden haben sich das erste Mal geäußert. Das kann ich auch sagen. Weil ich meine, das ist ja auch eine ziemlich tiefgründige Episode hier ja auch. Weil ich kann vieles nachvollziehen von dem, was du sagst. Deswegen komme ich ja gleich zu dem, was wir verstehen, warum. Und ich war dann auch mit meiner Partnerin dann zu der Zeit und dann auch zusammen. Und dann habe ich so das erste Mal so das Gefühl von Unwohlsein gehabt in der Magengegend. Und das ist ungefähr so. Also das Gefühl ist eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, wenn man beispielsweise nicht gerne fliegt oder Flugangst hat. Wenn du ein Ticket buchst, dann hast du da keine Angst. Aber wenn du dann irgendwann dann an dem Schalter stehst, also 12 Uhr geht der Flug, stehst du 11.30 Uhr da und weißt, in 10 Minuten ist Boarding und dann gehst du rein in das Flugzeug. Und du hast da vielleicht Angst vor. Man kennt dieses Gefühl von, es ist Aufregung, aber es ist auch gleichzeitig eine absolute Negativität, weil du in eine Situation gebracht wirst, die du absolut nicht möchtest. Und das erst mal durchzuziehen, das ist natürlich dann auch schon wieder sehr viel wert, wenn man das schafft und das kann. Und dieses Gefühl, unabhängig von irgendeiner Situation, also ich habe da auch gesessen, also ich habe nicht irgendwas gemacht, aber dieses Gefühl kam dann irgendwann auf. Weil ich hatte schon, als Kind hatte ich mal Flugangst, das erste Mal im Flieger ist unwohl. Und ich habe mich sofort daran erinnert, das ist genau das gleiche Thema gewesen. Nur dann kommt dann irgendwann ein Herzschlag hinzu, der dann immer schneller wird. Und du fängst an zu schwitzen. Und das geht dann tagelang so. Und dann war das ja genau zur Corona-Zeit. Also ungefähr ein Jahr nach Ausbrauch. Da machst du dir natürlich Gedanken, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch kein Corona gehabt. Da war natürlich die große Frage, wie gefährlich ist das? Wenn man jetzt die letzten sechs, sieben, acht Monate betrachtet, insbesondere seit Ausbruch des Krieges, ist Corona ja gefühlt ja auch so weit abgeschwächt, was die Viruslage ja auch betrifft, dass es ja auch nicht mehr wirklich, vielleicht nicht mehr wirklich gefährlich ist. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin einer der wenigen Nicht-Virologen in Deutschland. Ich weiß es nicht. Deswegen maße ich mir da kein Urteil an. Aber der Gedanke lag natürlich nah, dass ich das habe. Weil du liest dir dann die Symptome von Corona durch. Und dann denkst du dir, ja klar, schneller Herzschlag, Übelkeit. Aber nicht diese Übelkeit, wie wenn man zu viel getrunken hat oder wenn einem von der Grippe oder so schlecht ist. Nicht diese Art von Übelkeit, sondern einfach, dass der Reflex automatisch kommt. Nicht, weil der Körper sich schlecht fühlt und eine Abwehrreaktion gerade hervorrufen muss, weil irgendwas raus muss. Wie bei einer Krankheit das so üblich ist. Und das ging tagelang so. Und dann irgendwann dann natürlich im Krankenhaus gelandet. Zweimal da gewesen. Zweimal, ja, wird wahrscheinlich nichts sein. Vielleicht stressbedingt. Aber dann hat sich das gehäuft. Dann wurde das immer mehr. Dann wurden das Episoden, die dann Stunden gedauert haben, die dann immer wieder aufgekommen sind. Und das konnte ich auch keinem erklären, weil es kann keiner nachvollziehen, wenn ich dir sage, ich fühle mich unwohl, aber dieses Gefühl mal zehn. Und dass man dann Gedankengänge hat, die nicht klar formuliert oder nicht ganz klar sind im Grunde, sondern dass sie sehr, sehr verstreut sind. Aber du immer das Gefühl hast, du wirst jetzt sterben, weil dein Herz pocht so dermaßen, du bist am Schwitzen, du bekommst keine Luft oder ich habe keine Luft bekommen, gefühlt keine Luft bekommen. Ich habe immer gedacht so, ich werde jetzt sterben, weil ich keine Luft mehr bekomme. Glücklicherweise sitze ich immer noch hier. Anscheinend habe ich Luft bekommen die letzten anderthalb Jahre. Offensichtlich. Und bin dann natürlich von einem Arzt dann zum anderen, weil ich wollte das sehr gründen, weil das war ja ein Zustand, das kam immer wieder. Das kam dann so schubweise. Da kann man eine Woche Ruhe sein, aber dann auch zwei Tage hintereinander oder einmal ganz intensiv. Und ich habe in der Zeit eine Angst entwickelt, mit Zügen zu fahren. Ich konnte nicht in den Zug einsteigen, weil ich eine ganz schlimme Episode in einem Zug hatte, der rappelvoll war, Corona-Hochzeit. Und da habe ich angefangen, die gleichen Gefühle oder der Unwohlheit zu entwickeln. Und das Schlimmste war, und das war auch der Auslöser, wodurch sich meine Angst so entwickelt hat, das Schlimmste war, der Zug hat mitten auf der Strecke gehalten. Nicht an einem Bahnsteig, sondern mitten auf der Strecke, weil Bauarbeiten oder was auch immer. Und dann sitze ich da in einem Abteil, dieses Fahrradabteil, diese großen Fahrradabteil, die kennt ja jeder, von diesen großen Regionalexpress-Zügen, rappelvoll, ich bin mittendrin und ich bekomme diese Symptome, fange an zu schwitzen und ich wusste, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt hier kaputt, ich falle einfach um, sage keinem was oder ich versuche mich auf die Toilette zu verziehen, um da halt irgendwie davor flüchten zu können, weil du willst ja auch keinem da zur Last fallen. Gerade bei Zügen. Jeder Pendler regt sich darüber auf, wenn du dann irgendwie eine Verspätung hast. Und ich will nicht einer der Gründe sein, warum ein Zug eine Verspätung hat. Diese Gedanken sind ja auch gleichzeitig da. Aber ich glaube, das ist ein sehr deutscher Gedanke. Zu sagen so, ich will jetzt keinem da zur Last fallen, da sitzen 200 Leute im Zug, wenn du jetzt hier abkackst, mitten im Zug und die dann einen Notarztwagen rufen müssen und die halten mitten auf der Strecke nichtmals an dem Bahnhof, das ist ja unfassbar. Und dann kamen dann diese Gedanken und ich habe versucht, das durchzuhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann dann bei einem Arzt gewesen, der mir auch Fragen gestellt hat. Angst und Panikzustände. Klassische Panikattacke. Ja. Hat dich auch mit zu kämpfen, bis vor einem Jahr. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich finde, ist eine ganz schlimme Sache, weil du immer denkst, du stirbst. Du denkst immer, du stirbst. Es ist unglaublich. Es ist wirklich, ich habe immer früher gesagt zu Leuten, bis ich das jetzt selber mal erkannt habe, aber ich entschuldige das nicht. Also in keinerlei Weise. Also ich habe meine Medikamente oder auch diese berühmte Notfallmedizin, die man nehmen kann, damit der Körper sofort runterkommt. Ja, gemeint. Das ist eigentlich, im Grunde ist es eigentlich eine total kranke Droge, die du da von dem Arzt verschrieben bekommst. Aber es ist so, das ist so eine Flüssigkeit. Die nimmst du als Tropfen dann ein und dann beruhigt sich das einfach. Du wirst da nicht high oder so von, sondern du beruhigst einfach. Du beruhigst dich. Du wirst einfach wieder normal, um das so platt auszudrücken. Aber das macht einen nicht abhängig, sondern es bringt dich dann wieder runter. Zumindest was den Herzschlag und sowas angeht. Das beruhigt und normalisiert das Körpersystem. Das habe ich und ich nutze es, wenn es sein muss. Aber ansonsten lebe ich damit einfach. Und diese Angst vor Zügen. Ich war ja beruflich gebunden. Ich musste ja pendeln. Ich konnte mir ja nicht sagen, ich kann jetzt auf einmal nicht mehr Zug fahren. Und da kam dann wieder dieser deutsche Gedanke, der der Krankheitsgedanke, sag ich mal so, unterworfen hat. Aber das hat sich auch bezahlt gemacht. Ich habe irgendwann zu mir selber gesagt so, ich muss jetzt Zug fahren. Und jedes Mal, wenn ich eingestiegen bin, bin ich immer in die Nähe gegangen von dem Abteil, wo die Toilette war, weil ich immer sofort diese Gefühle wiederbekommen habe. Und das hat Wochen gedauert. Und ich hatte mich so oft in Züge und in Busse und in Bahnen gesetzt, weil ich mich dazu zwingen musste, das wieder als normal zu empfinden. Und jetzt seit einem halben Jahr ungefähr ist das für mich auch wieder eine totale Selbstverständlichkeit. Aber diesen Sprung zu wagen, zu sagen so, ich setze mich bewusst jetzt dieser Gefahrensituation aus, gedankliche Gefahrensituation, da passiert natürlich nichts, ist doch klar. Aber es ist ja trotzdem eine reale Gefahr dann im Moment dann für den Kopf. Und das macht das natürlich dann auch immer wieder zu Challenge. Und ich habe früher immer gesagt so, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wenn jemand so Gedanken hat, so Depression, Angst und Panikattacken. Ich bin immer die Fraktion gewesen und ich bin das auch heute noch, weil ich für mich ja persönlich das beste Beispiel bin, nur für mich persönlich selbst gesehen, sodass ich, wenn ich sowas entwickle, dass ich das dann durchziehen muss, nach dem Bestmöglichen, gut Fingernägel kauen, das schminke ich ab, das Thema für den Rest meines Lebens. Damit schließe ich ab, das ist halt so. Aber alles, was so das Leben wirklich massiv beeinträchtigt, ich muss mich dazu selber zwingen. Aber ich habe das auch erst erkannt, dass das alles wirklich real ist. Als es mich halt selber getroffen hat, war vorher, dachte ich auch, ihr seid ja alle Weicheier. Was soll das denn? Unwohlsein, Depression, du fühlst dich schlecht. Nimm mal eine Vitamin-D-Tablette. So einfach ist es nicht, ne? Aber dieses Verständnis dafür zu entwickeln, das ist sehr schwer, wenn man das selber nicht fühlen kann. Und es gibt ja so viele verschiedene Auswirkungen. Ich bin froh, dass es mich, was den depressiven Teil betrifft, halt total verschont geblieben bin. Da bin ich echt froh drüber. Dementsprechend fällt es mir da schwer, auch ein Verständnis zu entwickeln der Nachvollziehbarkeit. Wenn du mir sagst, was Depressionen sind, wie sich das anfühlt, ist es für mich trotzdem so, ja, ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Das ist so, du kannst auch nicht Gefühle beschreiben. Du kannst das nur versuchen zu beschreiben, aber letzten Endes so, wie ist das, wenn dir jemand sagt, so was ist die Definition von Liebe? Oder das Gefühl, wenn du dein erstes Mal mit einer Person hast, dann ist das ein Thema, so von der Gefühlslage, das ist ein Gefühl, das kann man ja gar nicht beschreiben. Du kannst es beschreiben, aber derjenige, dem du das dann sagst, der kann das nie wirklich fühlen, weil ich glaube schon, dass diese Gefühle für jeden anders empfunden werden, zumindest in der Stärke. Deswegen ist über Gefühle reden, finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil es ein Bereich ist, der nur individuell ist. Den kann man gar nicht irgendwie übertragen, wie ein Wikipedia-Artikel, dass man so, ah ja, okay, das ist ein Gefühl. Natürlich gibt es Definitionen von Liebe, was Liebe ist, starke Zuneigung zueinander, zu einem Gegenstand, was auch immer. Aber das beschreibt es immer nur oberflächlich, das beschreibt nie die wirkliche Tatsache. Und das ist das Interessante bei Gefühlen, weil es immer nur die Oberfläche beschreibt. Ja. Aber du kannst das, was wirklich im Kopf passiert, was wirklich passiert, nicht äußerlich, oder was passiert so körperlich so, mit körperlichen Regungen oder Herzschlägen so. Das kann man definieren, das ist sehr medizinisch. Aber das, worum es eigentlich geht, das kannst du gar nicht definieren. Und das macht es so verdammt interessant. Interessant, erschreckend, aber auch sehr interessant. Faszinierend, regelrecht. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit den Angst- und Panikattacken, das kann ich auch nachvollziehen, hatte ich leider auch eine Weile mit zu kämpfen. Es war vor allem in der Zeit, als ich krankheitsbedingt mit dem Rücken ein Jahr zu Hause war. Da ging das vermehrt dann los. Und bei dir ist es eben der Zug gewesen. Bei mir war es dann meistens im Wald, wenn ich mit den Hunden im Wald war. Und oft dann an dem Punkt, wo ich am weitesten im Wald war, von zu Hause weg sozusagen. Bei dir waren es ja wahrscheinlich weniger die Züge und die Busse, sondern eher so die Situation in dem Zug, dass du jetzt da drin sitzt und weißt, wenn jetzt was passiert, wenn mir jetzt irgendwas passiert, weil das Herz fängt an zu rasen, wahnsinnig schnell, das Herz schlägt so schnell. Die Atmung wird dadurch eben ein bisschen schwerer, kannst schwerer atmen, kriegst weniger Luft und dieses Angstgefühl wird immer größer, bis irgendwann der Höhepunkt da ist, dann klingt es langsam wieder ab. Und du fühlst dich so hilflos und denkst, du stirbst jetzt und du bist eben im Zug. Und da kann jetzt keiner irgendwie schnell angefangen kommen, kann dir helfen, wenn du irgendwo in der Pampa stehst. Das ist die Situation, vor der du Angst hast, dass es genau jetzt an dem Punkt, wo ich irgendwo im Nirgendwo bin mit dem Zug und da bleibt er auch noch stehen, dann bekommst du eine Angst- und Panikattacke. Genau jetzt, weil du genau davor Angst hast, passiert es halt in den Zügen. Weil du denkst, jetzt wenn der Zug wieder irgendwo ist, wo mir keiner helfen kann, dann wäre das jetzt wirklich für mich das Worst-Case-Szenario. Bei mir wäre es eben gewesen, war es eben im Wald sozusagen. Ich war tief im Wald mit den Hunden. Damals haben beide Hunde noch gelebt. Ich war mit den Hunden im Wald und ich denke mir noch so, wenn ich jetzt so eine scheiß Panikattacke bekomme und die habe ich selber vorgerufen sozusagen, dann kam das auch. Da habe ich mich richtig reingearbeitet, dummerweise. Habe dann jemand angerufen, einen Kumpel angerufen, habe den irgendwie eine halbe Stunde voll gelabert, bis das wieder vorbei war. Der wusste gar nicht, warum ich ihn anrufe. Ich habe damit irgendwas voll geblubbert von meinem Tag. Das hat mir geholfen. Man konnte mich dann ein bisschen ablenken, bis ich wieder zu Hause war. Dann war es auch vorbei. Aber ja, das sind die, ich kann nicht gut verstehen, furchtbar ist sowas. Also ganz schlimm, Angst- und Panikattacken auch ganz schlimm. Haben sehr viele Leute mit zu kämpfen. Sehr schlimm. Und dann merkt man aber auch, auch ganz wichtig für jeden, der das vielleicht hat. Mir hat es geholfen, einfach ein bisschen runterzufahren. Ich habe zum Beispiel damals wegen den Angst- und Panikattacken den Job gewechselt, weil ich oft gemerkt habe, ich habe es so oft bekommen, als ich auf Arbeit war. Ich hatte viel Stress. Wir hatten wahnsinnig viel zu tun. Wir hatten viel Druck von oben und viel Leistungsdruck. Und ich habe gesagt, hundertprozentig rührt das auch daher, mit daher, durch den Leistungsdruck auf der Arbeit, durch die vielen Stunden, die wir geschuftet haben. Und du kommst heim und regst dich auf, über die Arbeit. Du redest privat nur noch über die Arbeit mit deinen Kumpels. Du sitzt, trinkst irgendwie ein Bierchen mit deinen Kumpels. Und nur ein Thema, Arbeit, 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 Arbeit. Mein damaliger, also mein sehr guter Freund von mir, den ich schon viele Jahre kenne, der war damals auch mit bei dem Job dabei. Und wenn wir uns getroffen haben, privat, es ging immer, du hast immer gemerkt, der sitzt so tief in dir drin, der Stress und der Druck von der Arbeit, dass du nur über die Arbeit gequatscht hast. Egal, mit welchem Thema du begonnen hast, es hat immer mit dem Thema Arbeit irgendwie geendet. Und da hat man schon gemerkt, das hat sich irgendwo reingefressen, dieses Thema, der Stress. Um es kurz zu fassen, ist eben Stress. Oft ist es mit Stress verbunden. Der Arzt hat auch gesagt, mach mal ruhiger. Ich habe den Job dann, wie gesagt, gekündigt, einen anderen Job aufgenommen. Und dann wurde es auch besser. Auch die ganzen Arbeiten, die ich nach der Arbeit noch mache. Damals ja auch schon Podcast gemacht und Musik noch aktiv. Und es wurde einfach zu viel. Bei mir wurde es eben dadurch besser, dass ich einfach gesagt habe, jetzt lebe ich ein bisschen ruhiger, passe ein bisschen mehr auf meinen Körper auf, was Ernährung angeht und Alkohol und was weiß ich nicht alles. Hat mir auch geholfen, muss ich sagen. Aber schlimme Sache, dass das passiert ist. Tut mir wirklich leid, ja. Ach, das ist okay, weil ich kann dann auch die ganze junge Generation teilweise ein bisschen besser nachvollziehen, wenn die über irgendwelche Wehwehchen klagen. Ob die dann auch immer stimmen, das sei mal dahingestellt. Aber ich kann da ein bisschen besseres Empfinden mittlerweile zeigen. Das Schlimmste an dieser ganzen Situation ist gar nicht mal das Zugfahren oder das Nicht-imstande-Sein des Zugfahrens oder an sich der Zustand, dass diese Attacken kommen oder diese Episoden kommen. Das Schlimmste daran ist und das hat sich entwickelt und deswegen mache ich mir so ein bisschen auch den Vorwurf, dass wir nicht schon viel früher wieder hätten anfangen sollen mit einer neuen Staffel oder jetzt wird es werden 2.0. Aber ich glaube, wir brauchen auch die Zeit für die Reife. Aber das Schlimmste bei dieser ganzen Entwicklung von diesem ganzen kranken Zeug, was dann im Kopf passiert, das war die soziale Abschottung. Ich war immer jemand, genau wie du, also wenn ich dir damals geschrieben habe, hast du auch immer innerhalb von 2 Minuten geantwortet. Da war dein Podcast damals, der andere, Sagenhaft und Sonder, war ja noch nicht so legendär, wie er jetzt mittlerweile schon ist. Da hast du auch immer geantwortet und auch viel Zeit gehabt. Und wir haben auch immer viel geschrieben und so war ich auch auf Instagram immer vertreten, habe auch mega viel gepostet und unfassbar viel gemacht, viele Projekte und so. Aber ich habe dann lernen müssen, irgendwie erstmal damit umzugehen, dass es jetzt gerade eine Situation ist, die gerade nur mich betrifft, an der ich erstmal arbeiten muss, damit ich überhaupt weiter funktionieren kann. Und ich wollte ja auch funktionieren. Aber der Preis, den ich dafür gezahlt habe, war eine soziale Abschottung. Also wirklich halt nicht mehr aktiv zu sein. Also Instagram, wenn das Handy manchmal voll ist, dann löscht sich das von alleine mittlerweile, wenn der Speicher voll ist, weil ich das nicht nutze. Ich bin mittlerweile einer dieser Leute, die auf Facebook beispielsweise mehr so ein Observer sind, anstatt aktiv irgendwie irgendwo noch einzugreifen. Ich sehe tausend Möglichkeiten, um das eigentlich tun zu können, auch mit Sachen, die mich persönlich als Fan beispielsweise betreffen, von meiner Lieblingsband oder so. Da bin ich eigentlich immer Feuer und Flamme, was das angeht, wenn neue News herauskommen. Ich war vorhin zufällig auf Instagram und da habe ich gesehen, dass sie jetzt angefangen haben, im Studio an der neuen Platte zu arbeiten. Aber auch nur per Zufall. Und bevor dieser ganze Scheiß begonnen hat, war das so, ich habe das schon gewusst in der gleichen Minute, als es rausgekommen ist. Ich war mit zehn Leuten zu dem Zeitpunkt gleichzeitig in Kontakt, um das Thema zu behandeln. Eine Stunde später habe ich einen Podcast mit ihr aufgenommen. Gleichzeitig dann irgendwie ein bisschen Party gemacht. Dann die Nacht durchgepennt. Am nächsten Tag losgelegt. Nächstes Thema. Mit vielen, vielen Leuten in Kontakt. Die Musik, die ich damals gemacht habe, die deutschsprachige Musik, ich möchte da nicht mehr weiter drauf eingehen, die lief auch erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Und das war für mich überhaupt kein Problem, mit Menschen zu kommunizieren. Oder zumindest zusammenzukommen. Das Kommunizieren, das war früher nie ein Problem. Das ist ja heute noch so. Aber dieses Zusammenkommen, sich mit Menschen dann auch auseinanderzusetzen, das wollte ich nicht. Weil ich hatte in dem Moment das Gefühl, und das hat dann leider gesiegt, dass es besser für mich ist, wenn ich wirklich absolut eigenbrötlerisch werde. Und das widerstrebt eigentlich allen meiner Hobbys, Musik machen, irgendwelche YouTube-Videos machen, komplett outgoing zu sein, mit jedem kleinsten Stück Hobby, was ich habe, das der Welt zu präsentieren, kam der absolute Turn zu jetzt passiert gar nichts. Und du hörst von mir auch nichts. Ich mache irgendwas im Hintergrund, aber nichtmals das präsentiere ich irgendwo, weil ich das emotional dann nicht mehr schaffe, das zu posten, weil ich nicht mehr die Person bin, die stolz dann auf die Werke ist, die das dann stolz zeigt, sondern es ist dann mehr dann, ich habe jetzt gerade ein Produkt abgeschlossen, jetzt mache ich das Nächste. Ich behandle das trotzdem immer mit der bestmöglichen Qualität, wie so ein Podcast hier beispielsweise. Der höchstmögliche Qualitätansatz, was auch das Sprachliche oder den Inhalt angeht. Aber wenn wir diesen Podcast vor einem halben Jahr gemacht hätten, dann wäre der vielleicht genauso ernst gewesen, aber ich hätte mir den im Nachgang nicht mehr angehört, weil es war für mich dann abgeschlossen. Dann ist es okay, aber auch kein Moment der Freude, dass man das gemacht hat, daran gearbeitet hat, sondern ich habe Freude in dem Moment, wo ich es mache. Vielleicht habe ich auch keine Freude, aber irgendwie bilde ich mir ein, das ist ein Hobby, was ich mag. Dann mache ich das, das ist abgeschlossen. Okay, Daniel, dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag zur nächsten Aufzeichnung. So wäre das vor einem halben Jahr gewesen. Und ich zwinge mich jetzt seit Monaten schon mehr wieder aktiv zu sein und ich merke in jedem Lebensbereich, dass es unfassbar förderlich ist, wenn man zumindest ein bisschen outgoing ist. Zu den schlimmsten Phasen in den letzten Monaten kann man ungefähr sagen, du kennst doch diesen South Park Typen, diesen Fettsack, der vor dem PC hängt, mit den Flecken auf dem Unterhemd, dieser Ekelhafte. So ungefähr von dem, wie man nur das Bild betrachtet, so habe ich mich innerlich und äußerlich die letzten Monate eigentlich gefühlt. Aber es hat mich nicht gestört, aber ich wusste, dass es falsch ist. Und das habe ich dann oder wollte ich dann ändern. Und das habe ich dann zum Glück jetzt geändert. Aber das ist noch ein weiter Weg. Also ich bin jetzt vielleicht bei 10 Prozent von der Person eigentlich, die ich davor war. Und das finde ich mega krass, weil ich sage es gerne noch mal, ich glaube da eigentlich nicht dran, wenn er sagt, im Kopf ist irgendwas nicht richtig. Aber wenn man selber dann in diese Betroffenheit gerät, dann stellst du diese Gedanken an und dann entscheiden alle Gedanken, die in diese Richtung gehen, auch logisch. Und für mich erscheint gerade absolut logisch, dass ich wieder auf dieses 100-Prozent-Level von meiner damaligen Person, Persönlichkeit, ich weiß nicht, wie man es beschreiben oder zusammenfassen soll, also eigentlich das Gesamtpaket, wie ich früher war sozusagen. Da möchte ich wieder hin. Und ich sehe permanent Hürden, vor allem auf, was die soziale Kompetenz auch angeht, die soziale Kompetenz im Hinblick auf Kommunikation, wirklich Kommunikation zu suchen, Kommunikation zu führen. Da tue ich mich heute noch schwer, aber ich weiß, ich muss mich dazu zwingen. Und bei jedem weiteren neuen Song, den ich release, zwinge ich mich immer mehr, dann mehr dazu zu schreiben oder bei jedem neuen Podcast, den präsentiere ich dann stolz auf Facebook oder bei TikTok. Ich empfinde dann auch wieder aktiv die Freude daran, nachdem das dann hochgeladen ist, dann zu sehen, nicht, ob das erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, aber dann auch so eine Professionalität zu sehen, wie jetzt beispielsweise, guckt ihr die Qualität an, die wir jetzt hier an den Tag legen, im Vergleich zu dem, was wir vor zwei Jahren gemacht haben. Ja? Nicht inhaltlich, sondern allein nur vom Sound und von der Bildqualität überhaupt. Das Medium Video, das Medium YouTube jetzt zu benutzen und TikTok, das ist unglaublich. Und das bereitet mir gerade so die Freude daran, das zu machen. Und hier finde ich das unglaublich gut, weil hier kann ich nämlich genau in diese, in das Old Me schlüpfen, weil der Rahmen, der drumherum ist, mit der Qualität, der ist einfach so gut und so professionell, dass ich mich gar nicht anders verhalten kann, als hier Freude zu empfinden oder ein wirkliches Interesse zu empfinden oder wirklich das als Hobby anzusehen, das man aber wirklich sehr, sehr ernsthaft begleitet. Und wenn man das ernsthaft begleitet, und wie man das an der Qualität dann sieht im Nachgang, wenn ich da selber mit zufrieden bin, dann ist das ein abgeschlossenes Produkt, aber ein mega geiles Produkt. Amen. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn du sagst, mit diesen sozialen Kontakten und outgoing sein. Das ist bei mir auch nicht mehr so, dass ich gerne unter Leute gehe. Ich gehe ungerne unter Leute. Ich habe dir vorhin erzählt, offline sozusagen, dass ich mal bei einer Konferenz eingeladen war, als Redner, wegen meinem anderen Podcast. Das fällt mir schwer, unter Leute zu gehen, unter viele Leute zu gehen und dann auch mich mit vielen Menschen unterhalten zu müssen, weil die wollen dann natürlich, wollen einige was von dir wissen oder wollen einfach mal mit dir quatschen. Finde ich super schön. Ich mag das auch. Das zeigt ja mir auch, dass man das, was man macht, irgendwo richtig macht, zumindest für einige Leute. Aber ich kann mich nicht lange unterhalten mit Leuten. Dann merke ich schon, ich werde nervös, ich werde hippelig und so. Ich will aus der Situation weg. Ich will nicht reden jetzt. Ich will nicht mit den Leuten reden. Ich habe gar keine Lust, mich zu unterhalten. Obwohl ich die Leute mag, die zu mir kommen und mit mir reden wollen. Ich mag die Leute gerne. Auch meine Freunde, Kollegen, Familie, die wollen dann, ich bin keiner, der sich mit an den Tisch setzen möchte, reden möchte und so. Mit sich hat auch alles ein Resultat aus den ganzen Gebrechen, psychischen Gebrechen, die ich hatte im Laufe meines Lebens. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, darüber nachzudenken, wann denn, mir zu überlegen, wann war denn das erste Mal, dass bei mir das so losging oder so. Das ist ganz schwierig. Ich habe schon gesagt, in der Kindheit habe ich schon solche komischen Sachen gefühlt und als Kind hatte ich auch ganz oft Schlafparalyse. Kennst du das? Hast du es schon mal gehabt? Eine Schlafparalyse? Also dein Körper schläft noch, aber dein Geist ist wach sozusagen. Du bist... Oh ja, natürlich. Ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist ja so fast wie Tagträumen, aber nochmal ein bisschen anders. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ganz brutal eine Schlafparalyse. Vor allem als Kind oder als Jugendlicher, wenn du... Oft sind Kinder betroffen, bis ins jugendlichen Alter, oft auch, also auch Erwachsene auch, natürlich, aber oft sind es Kinder und Jugendliche. Da liegst du eben im Bett und du kannst deinen Körper noch nicht bewegen, weil dein Gehirn sagt, du schläfst, eigentlich solltest du noch schlafen. Der Körper, du kannst keinen Finger rühren, du kannst vielleicht mit den Augen blinseln, aber mehr geht nicht. Der Körper kannst du nicht bewegen. Du denkst, du bist wie gelähmt, weil dein Geist ist schon aufgewacht. Dein Gehirn ist schon wach sozusagen, aber der Körper schläft noch. Und oft sind Schlafparalysen mit Halluzinationen verbunden. Das ist wirklich so. Die können visuell sein oder du hörst Sachen. Du hörst Stimmen, du hörst Leute reden. Es berichten Leute davon, dass sie Menschen gesehen haben, die vor dem Bett stehen und sie angucken und so. Das kann in einer Schlafparalyse alles passieren. Bei mir waren es meistens Gesichter, die dann vor mir erschienen sind, so an der Decke oder so, rot, als wären sie mit rotem Stift gemalt, mit so einem Neonstift und haben sich von einem Gesicht ins andere gemorpht, sozusagen. Ich muss dich da mal direkt was ganz Krasses fragen, weil das ist etwas, das ist mir in den letzten Monaten aufgefallen in meinem Leben. Vielleicht hängt das damit zusammen, ich bin mir aber nicht sicher. seit geraumer Zeit höre ich abends Musik zum Einschlafen. Ich höre aber nur Musik, die ich schon mal vorher gehört habe, damit nichts Unerwartetes kommt, damit ich wirklich einschlafen kann. Ich höre zum Beispiel sehr häufig, fast jeden zweiten, dritten Abend höre ich die Wish You Were Here-Platte von Pink Floyd. Unglaublich. Der Sound am Anfang, der sphärische und dann, wenn nach Minuten das auf der Gitarre einsetzt, dann ist das unglaublich stimulierend, sage ich mal, von meinem Gehirn, dass ich mich wirklich auf den Schlaf vorbereiten kann und ich halte meistens nicht bis zum dritten Song durch. Also das ist wirklich eine Platte, die kann ich wirklich sehr gut zum Einschlafen hören. Manchmal höre ich Musik, weil ich sie angemacht habe und die läuft und ich drehe mich auf eine Seite und dann am Anfang bei dieser Einschlafphase dreht man sich ja ein bisschen und dann kommt man ja in diese kleinen Phasen, wo man schon weg ist und dann bin ich dann kurz wach, dann höre ich keine Musik, wirklich ist es totenstill, dann drehe ich mich irgendwie, aber nicht wirklich bei ganz klarem Bewusstsein und dann habe ich irgendwie einen Fokus wieder mit den Ohren oder dann höre ich wieder, was in der Umgebung passiert und dann ist die Musik wieder da. Das ist jetzt nicht eine Episode, dass das 30 Sekunden dauert. Das ist innerhalb von ein, zwei Sekunden, je nachdem, wie schnell ich mich halt bewege so körperlich, dass ich dann mit dem Kopf wirklich aktiv bin, nicht mehr als zwei Sekunden. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass manchmal höre ich die Musik und manchmal höre ich sie nicht. Das könnte dir vielleicht ein Arzt ganz gut erklären, was da passiert im Gehirn. Es könnte natürlich, wie gesagt, sowas sein, dass es einfach eine Gehirnaktivität ist, so im Halbschlaf. Natürlich gibt es auch manche sprechen von außerkörperlichen Erfahrungen. Das ist ein Thema, könnten wir auch mal drüber reden. Viele nehmen das sehr ernst. Es gibt Leute, die behaupten von sich, dass sie außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben. Das heißt, dass du dich in einem Zustand befindest, der nicht wirklich schlafen und nicht wirklich wach ist. Die Leute sich außerhalb ihres Körpers wahrnehmen. Es gibt auch Leute, die behaupten, die können diesen Vorgang, diesen Zustand sozusagen bewusst herbeiführen durch Training. Also haben wir in dem anderen Podcast relativ oft schon besprochen, dieses Thema. Finde ich mega spannend. Und ich hatte letztens was erlebt, weil du es jetzt sagst. Habe ich im anderen Podcast schon erzählt, dass ich hier saß am PC, bin nochmal in die Küche, ganz spät nachts, habe noch ein Video geschnitten, bin in die Küche, habe ein Glas Wasser getrunken, bin hoch ins Bett und als ich mich hingelegt habe auf den Rücken im Bett, ich höre nachts auch immer Musik, ich höre immer Wellengeräusche oder die Geräusche, die ein Baby im Mutterleib hört, habe ich für mich entdeckt. Auch ganz geil. Ja, nicht das. Jetzt wird es random. Auf jeden Fall lege ich mich ins Bett, lege mich auf den Rücken, wie gesagt, und in dem Moment, wo ich mich hinlege und komplett auf dem Rücken liege, genau in diesem Moment, ganz komisches Gefühl, klick, wie wenn ich wach werde. Also ich habe mich gerade hingelegt, aber als ich liege, werde ich wach. Ganz strange. Und dann habe ich überlegt, war ich jetzt wirklich da unten oder habe ich das geträumt? Aber es war so, es war so komplett real, dass ich da unten in der Küche war, hier aufgestanden bin vom PC, in die Küche bin, noch ein Glas Wasser getrunken habe, Treppe hoch, da spielte noch was mit rein, was visuell ist, das will ich jetzt hier nicht erzählen, das können wir vielleicht irgendwann mal besprechen. Ist jetzt nichts Schlimmes, ich kann es erzählen, aber ich will es jetzt hier nicht erzählen, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Aber ich lege mich da hin, es ist so ein Gefühl, wie wenn ich aufwache und ich denke, das ist doch total verrückt jetzt, ich war doch gerade unten, ich war doch gerade unten in der Küche. Aber als ich dann so richtig wach war im Kopf, ist mir eigentlich klar geworden, dass ich die ganze Zeit, sich die ganze Zeit im Bett lag. Und da habe ich mich auch wieder an die richtige Situation erinnert, wie ich eigentlich ins Bett gegangen bin, wie ich mich hingelegt habe. Aber dieser ganze Vorgang, dass aus der Küche rausgehen, die Treppe hochlaufen, ins Schlafzimmer laufen und meine Frau liegt vorne am Bett und wir haben so ein großes Palettenbett gebaut und der Hund liegt am Fußende. Sie liegt vor dem Bett? Sie liegt nicht vor dem Bett, sie liegt vorne am Bett, auf ihrer Seite und der Hund liegt vor ihr und ich musste so über den Hund und über ihre Beine muss ich immer drüber steigen und dann lege ich mich hin. Und es hat sich so komplett real angefühlt, als wäre es wirklich passiert. Und als ich dann wirklich richtig wach war, ist mir klar geworden, dass ich schon eine ganze Weile im Bett liege und nicht jetzt gerade reingestiegen bin. Da habe ich mir gedacht, wie durchgeknallt ist denn das? Hatte ich jetzt auch so eine komische außerkörperliche Erfahrung oder was war denn das jetzt? Obwohl ich jetzt nicht so, auch wenn wir in dem Sagenhaft- und Sonderbar-Podcast viel über diese Sachen reden und diskutieren, ob es denn möglich ist oder mit Leuten sprechen, die das angeblich können und auch anderen beibringen können, glaube ich ja nicht ultimativ dran. Denn es ist mir bisher nie passiert. Da habe ich aber dran so ein bisschen dran gezweifelt, ob mir das nicht auch passieren kann, weil das war eine wirklich strange Situation. Also ganz strange, diese Sache. Wo waren wir eigentlich? Es ist unglaublich, dass der jetzt so zwei in dem Podcast immer so abdriftet in verschiedene Sachen, aber es ist genau das Interessante. Ich würde auch gerne mal dieses ganze Thema der, wie nennt man das denn, der Wachseinsphase oder Nicht-Wachseinsphase, wo das Bewusstsein letzten Endes ist, lass uns da mal drüber sprechen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Das, was mich ja an der ganzen Sache auch wirklich erstaunt ist, also dieses, was das ganze Thema betrifft, bist du dann wach oder bist du nicht wach? Was entscheidest du, was entscheidest du nicht? Ich hatte auch irgendwann vor kurzem dann den Gedanken gehabt, dass ich mir eingebildet habe, ich kann entscheiden, ob mein Gehör gerade funktionieren soll oder nicht funktionieren soll. Das ist der Gedanke, den ich dann in diesem Moment dann gehabt habe, als du dann keine Musik oder als ich keine Musik gehört habe und dann ist sie auf einmal dann wieder da, dass ich mir denke, so ja, dann habe ich jetzt gerade mal wieder oder ich nicht selber, aber die kleinen Götter im Kopf, es war einmal das Leben, wir erinnern uns, die haben dann gesagt, so jetzt aktiviere mal wieder den Gehörgang. Es ist total strange, es ist total komisch. Aber das habe ich dann gedacht in dem Moment, so ich kann steuern, wann ich hören möchte. Es war dir gar nicht so wirklich bewusst? Also du hast dich ja nicht aktiv herbeigeführt, dass du nichts mehr hörst. Das weiß ich ja nicht, aber ich habe im Nachgang, als ich dann in dem Moment wieder Musik gehört habe, habe ich dann direkt den Gedanken gehabt, so ja, jetzt habe ich das irgendwie angestellt. Also Ausschalten hast du nicht aktiv herbeigeführt, aber das Anstellen wieder vielleicht, ja. Genau und ich glaube, das Ausschalten ist einfach dann vielleicht dieser Schlafphase, die davor stattgefunden hat, diese kleine Dös-Phase vielleicht auch, kann ja sein, dass die hervorgerufen hat, erstmal alles runterfahren, weil wenn man schläft, hört man ja auch nichts, es sei denn, es ist laut, aber es gibt auch manche Menschen, die kennen wir alle, da kannst du nebenbei laut den Fernseher laufen lassen, die wachen nicht auf. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, wie jemand, also wenn Fernseher, sage ich mal, auf Zimmerlautstärke oder lauter läuft mit Musik, wie kann dann auch jemand schlafen? Ich denke eher, dass es so eine, so ein Zwischending zwischen wach und schlafen war bei dir, also nichts hier mit außerkörperlicher Erfahrung oder so, aber interessant. Ich glaube, das war liegendes Schlafwandeln oder so. Vielleicht, ja. Interessant drüber zu sprechen auf jeden Fall. Ich finde es ein spannendes Thema und heute haben wir unser Innerstes nach außen gekehrt und diesmal hat es nichts mit unserem Mageninhalt zu tun, wenn wir da über das Innere reden, was ich ganz interessant finde. War eine sehr ernste Folge. Wer hätte gedacht am Anfang, dass es da hinführt von der Elfenhose zu schweren psychischen Erkrankungen, aber auch mal ganz interessant. Ich habe dich besser kennengelernt, du hast mich besser kennengelernt. Jetzt wissen wir, dass wir psychische Prax sind oder gewesen sind, aber vielleicht, hey, vielleicht kann sich irgendjemand, der hier zuhört, damit identifizieren und hat vielleicht irgendwas Interessantes dazu zu sagen. Der kann das gerne tun in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail, E-Mail-Adresse in der Box und sehr spannend, immer mit Leuten zu diskutieren, die vielleicht dasselbe erlebt haben wie Dien oder ich. Finde ich ganz spannend. Das Schöne ist auch, dass wir eigentlich nur mit einem Leitgedanken reingegangen sind nach der Aktion mit der Hose, zu der du mich ja gezwungen hast. Wir hatten da eigentlich nur einen Leitgedanken. Wie kann es dazu kommen, dass sich jemand Schaden zufügen möchte? Das war die ursprüngliche Frage. Und schau mal, wo wir gelandet sind und ich hoffe, dass, wenn sich manche Menschen vielleicht angesprochen fühlen, ich vertrete nach wie vor teilweise fälschlicherweise die Meinung, dass man nicht alles immer so ernst nehmen sollte, wenn man einem sowas gesagt bekommt. Ich bin depressiv oder so. Aber es ist der falsche Gedanke, davor muss man sich lösen und ich bin ganz klar dafür und ich hoffe, das regt die Leute auch an, zu realisieren, dass das sehr ernste Themen sind, über die man wirklich sprechen muss und sich da auch Hilfe suchen muss, aktiv. Weil das Themen sind, die in den meisten Fällen, nicht wie eine, was weiß ich, eine Entzündung irgendwo, wo man das mit Salbe behandeln kann oder was weiß ich, ein Knochenbruch, wo der Gips da mal rumkommt für sechs Wochen. Meistens hat man ja ein Gips dann im Sommer. Das ist natürlich sehr undankbar dann, wenn es so heiß draußen ist. Dann schwitzt der auch. Aber das, was diese Themen angeht, die einen im Kopf betreffen, das muss man wirklich sehr ernst nehmen. Und ich finde das nach wie vor sehr unverständlich, dass man da immer noch auf Gegenwehr stößt, weil jeder von uns, egal ob er jetzt krankheitsbetroffen ist oder nicht, jeder von uns hat immer mal wieder in seinem Leben mit ziemlicher Sicherheit Gedankengänge im Kopf gehabt, die oder Probleme gehabt, die irre schwer lösbar waren und die Gedanken einen so weit runtergezogen haben, dass man vielleicht wo ganz anders dann gefühlsmäßig gelandet ist und sich manchmal sehr stark mit irgendwelchen Dingen beschäftigt. Also selbst dieses einfachste Thema von eine Frau verlässt dich, das ist ein Gedankengang, den kannst du nie vorhersehen, zumindest war es bei mir immer so. Klar, bei manchen ist es dann, wenn es Schluss ist, dann ging das dann schneller, wo man sich dann gut gefühlt hat. Aber dann gibt es halt auch Beziehungen, wo du dann halt dann wirklich leidest dahinter. Und ich glaube, dieses Gefühl hat jeder schon mal von uns mitgemacht, der schon mal in der Beziehung war. Das sind ja unsere jetzt so zu einem Zuschauer, hoffentlich. Aber dieses Gefühl von wirklich, man ist dann niedergeschmettert, verschmettert, traurig, dieses Gefühl mal auf andere Themen zu übertragen, so allgemein auf den Geisteszustand. Ich glaube, dann kann man vielleicht versuchen zu verstehen, was es wirklich bedeutet, sich mit Gedanken zu plagen, dass die einem wirklich emotional, wirklich wehtun. Ich glaube, das kann man da als Startpunkt geben. So versagte Liebe, die Trauer und das auf andere Gefühle übertragen. Es ist das gleiche Muster. Stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Und das heutige Gespräch hat mir viele Andreize gegeben für kommende Gespräche. Oh, wir werden auch weiterhin blödeln. Ich glaube, dass wir jetzt in den ersten beiden Folgen, die wir zumindest zusammen gemacht haben, dass wir sehr ernste Themen haben. Aber ich glaube auch, dass vielleicht irgendwann die Nietenunterhose auch zu sehen sein wird. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das werden wir niemals vergessen. Never forget your roots. Der Blödel-Podcast ist unser Delta Blues. Und wir machen gerade im Moment Blues Rock. Sehr ernsten Blues Rock. Aber wir wissen, wenn wir den schlüpfrigen Delta Blues haben wollen, dann können wir den immer noch live abziehen. Aber lass uns mal Schluss machen für heute. An dieser Stelle vielen Dank an jeden, der es bis hierhin ausgehalten hat. An alle Zuschauer und Zuhörer. Und ja, würde ich sagen, sag Tschüss. Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tier 1000 bis zum nächsten Mal. ST aplicarles bis zum nächsten Mal. Nicht Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.